Wenn man die neuesten Erkenntnisse der Mähdrescher-Technologie mit dem Konzept des erfolgreichsten Mähdreschers von Klaas kombiniert, dann erhält man die neue Medion-Familie. Marktfruchtbaubetriebe gibt es in vielen Formen und Größen. Die größeren Betriebe profitieren von der absoluten Leistungsfähigkeit der Lexion-Baureihe. Viele andere wünschen sich zuverlässige und moderne Alternativen als sichere Investition für die kommenden Jahre. Die Medion-Baureihe ist gerade richtig, wenn Sie 200 bis 300 Hektar auf Ihrem eigenen Betrieb und in Nachbarschaftshilfe ernten wollen. Aber auch größere Betriebe suchen nach wirtschaftlicher Technologie mit eingebauter Zuverlässigkeit, wie sie von Klaas bekannt ist. Viele Lohnunternehmer greifen zum Medion und profitieren von der komfortablen Kabine sowie der hohen Leistung. Die Medion-Baureihe besteht aus drei Modellen. Der Medion 310 mit 5800 Liter Korntank und 185 PS. Der Medion 320 ist die größere 5-Schüttler-Maschine mit 6500 Liter Korntank und 200 PS. Das Spitzenmodell ist der Medion 340 mit einem Korntankvolumen von 8200 Litern und 245 PS. Die neue Kabine ist so gestaltet, dass der Fahrer uneingeschränkte Sicht hat, mit großer Konzentration arbeiten kann und über einen langen Arbeitstag reaktionsfähig bleibt. Ertragskartierung wird durch das mobile ACT-Terminal möglich. Alle Fahrinformationen liegen direkt im Sichtbereich des Fahrers. Bedienungsknöpfe für Radio, Klimaanlage und Heizung befinden sich im oberen Armaturenbrett. Kühle Getränke aus der Kühlbox halten den Fahrer frisch für einen langen Arbeitstag. In den Multifunktionsgriff wurden weitere Funktionen integriert. Und der neue, bequeme, luftgefederte Sitz rundet die lange Liste der guten Kabinendetails ab. Bei der Arbeit hat der Fahrer freie Sicht auf das Feld und das gesamte Schneidwerk. Eingert die Wirtschaftlichkeit. Die Klaas-Mähdrescher sind alles Drescher. Und da macht auch der Medion keine Ausnahme. Verschiedene Vorsatzgeräte stehen für die unterschiedlichen Erntefrüchte zur Verfügung. Das neue Korntank-Auslaufrohr hat einen 1 Meter höheren Auslauf. Da ist die Befüllung auch sehr hoher Transportfahrzeuge schnell erledigt. Der Maispflückvorsatz am Medion hat einen eingebauten Häcksler und hinterlässt in einem Arbeitsgang ein pflugfertiges Feld. Extra große Reifen vermindern den Bodendruck und tragen den Medion auch bei der Arbeit auf sehr weichen Böden. Die Medion-Baureihe von Klaas. Ein neues Umfeld für den Fahrer. Neue Leistungsindikatoren abgesichert durch die Zuverlässigkeit von Klaas mit der einzigartigen Erfahrung in der Entwicklung und dem Bau von leistungsfähigen Mähdreschern. Der Medion ist die richtige Wahl für Landwirte, die für die Zukunft planen. Und bei der Ernte unabhängig sein wollen, um zum idealen Zeitpunkt ihre Ernte sicher einbringen zu können. Der Medion ist aber auch für Lohnunternehmer, die ihren Gewinn durch niedrige Betriebskosten steigern wollen, die richtige Maschine. Klaas Medion. Eine sichere, solide Investition für die Zukunft. Ihre Zukunft.